Joe Jonas und Sophie Turner wollen Medienberichten zufolge nach vier Jahren ehe die Scheidung einreichen. Joe Jonas und Sophie Turner haben sich getrennt. Damit hat wohl niemand gerechnet. Joe Jonas, 34, und Sophie Turner, 27, sollen sich getrennt haben. Wie TMZ berichtet, sollen die beiden angeblich sogar bereits kurz vor der Scheidung stehen. Der Jonas Brothers Sänger und die Schauspielerin sind seit 2016 ein Paar, seit 2019 verheiratet. 2020 und 2022 wurden Joe und Sophie Eltern, das Familienglück schien perfekt zu sein. Doch nach vier Jahren Ehe scheint nun Schluss zu sein. Laut TMZ soll der Sänger durch Mitarbeiter bereits Kontakt zu mindestens zwei Scheidungsanwälten aufgenommen haben, Die Dokumente sollen kurz davor sein, eingereicht zu werden. Joe Jonas und Sophie Turner haben ernsthafte Probleme. Wie ein Insider gegenüber TMZ verraten hat, soll das Paar bereits seit sechs Monaten ernsthafte Probleme haben. Unter anderem habe der 34-Jährige sich so ziemlich die ganze Zeit um die beiden kleinen Kinder des Paares gekümmert, obwohl er mit seiner Band auf Tour quer durch die USA unterwegs ist. Der Quelle zufolge soll er seine zwei Kinder mit dabei haben. Allzu überraschend scheint die Trennung von Joe Jonas und Sophie Turner nicht zu kommen. So wurde der Musiker vor einigen Wochen ohne seinen Ehering am Finger gesichtet. Und auch die gemeinsame Villa in Miami verkaufte das Paar kürzlich, Dabei hatten sie diese erst ein Jahr zuvor gekauft. Bisher haben sich weder Joe Jonas noch Sophie Turner zu den Gerüchten geäußert.